Da sind wir wieder zurück bei dem Spiel, wo der komische Hilde mit Höhenangst einen hohen Turm hochklettern muss, ohne runter zu gucken. Mit Schafen in Unterhose und mit Kissen. Egal, so, Elvis. Yo, haben wir vorher kennengelernt? Du bist so weit, weil die Techniken ich gefunden habe, hm? Ja, sicher. Ja, bring mir was Neues bei. Beim nächsten Mal wieder. Ja, bring mir etwas Neues bei. Ja, da bin ich gespannt. Auf, verschieben? Also, das ist jetzt keine wirklich große Technik. Ha, ein Blockologe. Das ist ein guter Start. Versuch, diesen auch zu erinnern. Lass mich erklären, den Pullback. Wenn du aufstehen und dich befestigst, versuch, einen Block und zurück zu erinnern. Das ist schon eher was. Damit können wir schon eher was anfangen. Das ist verrückt. Äh, ehrlich gesagt, nein. Ich hab's wieder vergessen. Natürlich. Mein Reporter-Sinn. Oh. Oh Gott. Eine Anordnung vom Chef. So. Schaf mit Brille. Na super. Ich hab's gefunden. Du sagst mir, wir müssen das morgen und das Tag danach gehen. Und das dritte Mal der Charme, oder? Hm. Oh. Ich habe das gerade herausgefunden. So. Deprimiertes Schaf. Hallo. Ich sah ein Schiff über mich auf den Weg hin. Ich kann das Schreie aus meiner Kopf bringen. Es wird nicht weggehen. Alles, was du hier hörst, ist dein eigenes Schreie. Du kannst hier bleiben. Auch dieses Ort wird irgendwann fallen. Das ist richtig. Einfach weiterklettern. Kletter weiter. Richtig. Der Tornado. Der ist auch sehr wichtig. Ja. Wir kennen doch immer noch die besten Techniken. Na, aber hallo. Das ist zwar erst mein zweiter Arbeitstag hier, aber okay. Ich denke über die Technik, die du mir gezeigt hast. Also ich werde es nicht vergessen. Wir überprüfen vielleicht ein anderes Mal. Wir kennen die Technik ja schon. Tschüss. So. Weitere Schafe. Wo sind weitere Schafe? Hallo. Ich bin ein Schaf. Ich bin struppig und flauschig. Lauschig. Ich bin ein kleines Schäfchen. Der Monster spricht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Hm? Mann. Ich bin doch nur ein kleines Schäfchen. Mit Unterhosen und Kissen. Nein. Das war ich nicht. Ich habe gehört, dass alle Schafe hier tatsächlich Menschen sind. Neusflash. Fuck you. Ich muss sicher, dass ich überleben kann. Hör mal, die Schubel hier gleich runter. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein. Es ist nicht eine Rolle, ob es richtig oder falsch ist. Es geht um Leben und Tod. Wir müssen aber zusammenarbeiten. Sagte der, der letztens ein Schaf mit einem Kissen verprügelte. Ja, ja. Dich merke ich mir, mein kleines Schäfchen. Auch wenn es schwierig wird, weil du wie fast alle anderen aussiehst. Man weiß es nicht. Ist es vielleicht unsere Freundin, die uns hier hingebracht hat? Weil sie sauer ist, dass wir mich wissen. Seit wann wir zusammen sind. Oder dass sie denkt, wir wollen nicht heiraten. Was vielleicht sogar stimmt. Bitte. Was auch immer ich getan habe. Oh! Hallo! Händlerschaf! Ja! 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 Ja, aber das ist Traumgeld. Du kannst mit diesem Geld gar nichts kaufen. Du kannst mit dem Geld machen. Du kannst mit dem Geld tun. 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 Und wenn das so ist, dann kann ich mir selbst sagen, wenn ich es genug habe. Das ist meine Theorie. Oh, so. Du wirst nicht wissen... Ja, das ist vielleicht sogar ganz clever, dass er denkt, er kann sich freikaufen. Das war ja damals bei der Kirche auch so. Ja, ja. Also Leute, dieses Geld ist ein Symbol. Es symbolisiert Geld. So, wie viel... Wir haben genug. Komm, weißer Würfel. Schön. Jetzt haben wir einen Block. Und gehen mal wieder in die Beichte. Hallo. Gitter. Och, Mann. Dann, dann, dann. Also bei mir... Bei mir persönlich ist es sehr einfach. Ähm... Mich macht die Gemeinschaft eigentlich sehr nervös. Ich... Ich... Ich find's total... Ich kann stundenlang allein... Ich kann Tage allein... Ich kann jahrelang allein... Okay, das ist... Übertrieben. Ich kann lange allein sein... Und fühl mich dennoch wohl. Aber in großen Menschenmassen... Nee, überhaupt nicht. So, Gemeinschaft. Und warum ist das böse? Bin ich böse? Nur weil mich Menschenmassen nervös machen? Ich werde deine Frage stellen. Diese Zeit. Ein kleines Erländnis. Ähm... Dieses ganze Ort ist ein enormes Sanctuary. Es sind acht Flüge. Oh, acht. Und nur der zweite Flüge. Oh, scheiße. Aber, aber, aber... Lass mich in Ruhe. Frag ich mich auch. Ja. Wow. Und jetzt werden wieder Ergebnisse geladen. Andere Spieler haben geantwortet. Wo fühlen sie sich nervöser? Beim Alleinsein oder bei der Gemeinschaft? Okay. Viele Leute macht die Gemeinschaft nervöser. Also sind viele Leute laut dem Spiel böse Buben. Warum auch immer, dass einen böse macht. Aber, okay. Ist interessant zu wissen, dass man nicht allein damit ist, dass man lieber allein... Okay, das fand ich komisch. Egal. Weiter geht's. Komm, Vincent, lauf. Lauf, kleiner Mann. In die nächste Etage. Oberste Etage. Oh, oh. Zum Teufel. Es ist unsere Freundin aus der Hölle mit einer Riesengabel. Das heißt nicht, dass unsere Freundin aus der Hölle kommt, aber diese Freundin anscheinend schon. Ah! Das ist das Blöcke-Umwandel. Was auch immer das bedeutet. Egal. Wir werden es später erfahren. Ja, ja. Schon gut. Ich bin ganz woanders, Liebling. Bitte, nimm die Gabel weg. Nimm sie weg, die Gabel. Das... Nein! Ah! Bitte, Liebling. Nein! Oh! Das war knapp. Liebes? Bitte, mach sowas nicht. Nicht nochmal. So, k... Ah! Ich will die Blöcke umwandeln. Schwapp. So. Okay, so geht das. Ah! Ah! Das war kacke. Das war super kacke. Ah! Nein! Aber, Liebling! Egal, so. Neustart! Do not die. Das ist ein guter Tipp. Danke. Den werde ich hoffentlich beherzigen. Liebling! Diese Blöcke haben dir nichts getan. Lass mich in Ruhe! Ja, ja. Schon gut. Ein Kissen! Sehr gut. So. So. Und so. So. Ist er gut? Oh, nein. So. Passt ja noch. Ha! Ha! Brauche ich den Block? Ne, den brauche ich eigentlich gar nicht, glaube ich, oder? So. Liebes! Das ist nicht cool! Ich brauchte diesen Block. Dankeschön. So. Okay. Wir haben's fast. Irgendwann kommen wir hier noch raus. Da ist schon der Gong. Er wird uns erlösen. Und erlöse uns von dem Bösen. Und unserer Freundin mit der Kuchengabel. Nein! Oh, Liebes. Ich brauchte diesen Block. Glaube ich jedenfalls. Ich versuche es jetzt einfach mal ohne. Nur weil du ihn mir weggenommen hast. So. Egal. Ich komme auch ohne, klar. Du kannst mir all meine Träume wegnehmen. Äh, äh. Aber ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte. Bitte nimm mir nicht meine Träume weg. So. Tschüss. Ha, ha, ha. Ha. Vincent, pass auf. Die Kuchengabel. Umgabe. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Komm her. Du wirst immer wieder. Halt auf. Ha. Siehst du dieses Licht? Schön. Dann ist ja alles gut. Du hast überlebt. Dass wir am Anfang gestorben sind, das, das, äh, kehren wir einfach mal so unter den Teppich. Das ist nie passiert. Das war ein Traum und, und, die Sachen in Träumen passieren nie in echt. Also sind wir eigentlich nie gestorben. Also, gut. Ich hab nie gefailt in diesem Spiel, weil es einfach, äh, ein Traum war. Das habt ihr alles geträumt. Hm. 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 Ha 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 ha! I'll remember that. Thank goodness. Huh? We think alike. Whoa! Whoa. What is it? What is it? Whoa! You... You all right? Yeah, thank you. You're so kind. Uh... I was... Sorry. Well... I have to work tomorrow, so... I need to get home. I had fun tonight. You must like what you see. I'm not staring. You're a bad liar. You taste like smoke. But I don't mind. Ha ha! You don't say. Oh je! Oh man, this is not good. Hm? What is it good? Well... Uh... You know... Hooking up after we just met. Jeez, what the hell am I saying? Hm? Huh? Um... Is this gonna be a problem? So... Okay, I cheated on Catherine. Uh... This is bad. This is really, really bad. But I didn't make a move. She forced herself on me. Oh fuck, man. I drank way too much. Uh... Would you mind not staring at me like that? It's kinda creepy. Oh. Haha. Sorry. Listen. I don't want you to get the wrong idea, okay? I don't just sleep around. I came here because I like you. Huh? No! Shh! No! So... How do you feel about me? Huh? Oh... Wow, um... I can't quite explain it. Uh... I feel... Odd? Hm? You see, this is my first time. Yeah. Oh wow. I can't believe it. And I am really screwing this up right now. So then... It was love at first sight? Huh? What? I'm sorry. I'm really... You said you have to work, right? Work? Uh... I guess? Sorry. I, uh... Yeah. I have a, um... A dentist appointment now. Yeah, yeah. 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 Dennis gets angry if you're late too. Oh... I wanted to stay with you a little longer. I wanted to stay with you a little longer. I guess I'll have to wait until next time. Okay, see you soon! Hey wait! I'm actually dating someone already. This is a mistake. A mistake. It's gotta be a mistake. Scheiße is... Kappa Heaven! Hehehehe. Ah, you know what? It just hit me. You know how they say every guy has three hotstreaks with the ladies in his life? This is your third. Hotstreaks? When the hell were the other two? When we were kids, you were the most popular with the girls. I don't remember that. The second time you were in the zone was when you started dating Catherine. Although, uh... That's over if she finds out about this. Crap man. She's probably gonna kill me. That's what you're all scared about. As long as she doesn't find out you're safe, right? Just act like it never happened. I'm not like you. I can't just ignore this. Well then, why not switch it up? That way you won't hear any more marriage talk, right? All that stuff about soulmates and eternal love is bullshit. Married life sucks, man. You really wanna go through the same shit I have. I'm not like you. I don't wanna sleep around. I just want life to stay the same. What am I gonna do? I didn't mean for any of this to happen. If you're gonna whine, you shouldn't have done it, dumbass. Well, no shit. I wish I could just live all carefree like you. Don't you realize there's nothing you can do, you schmuck? No matter how good you are, old woman. You never know if she'll stab you on the back. Oh, she's gonna ditch the new girl. Hook me up. She's cute, right? You got a picture of her? Nice. No, I don't have her pick. She's not your type anyway. Come on, how do you know that? Because she's my type. Oh. I'm so fucked. Dieses Grinsen. Oh. Who cares? Come on, if you fall and die in the dream, you'll die in real life. My friend's boyfriend almost died. Isn't that scary? Huh? How do you know? Were you able to see his dream? Hey. You alright, man? I don't look so hot. Ugh. I guess I didn't really get much sleep last night. Obviously. Anyway, you're way too freaked out over a one night stand. Hey. You paying attention? Listen, man. Huh. I never saw the girl. Whoa. Really? I figured one of you guys told her to sit with me. Oh God. Oh God. I'm like that creepy guy in horror movies who tries too hard to be noticed. Shut up. I'm not like that. What's wrong with, you know, having some adult photos with a little older than I am? So? Did I hear someone call for me? Oh. Hey, Erica. I've got a nice pair of stiletto heels I know how to use. Whoa, Erica. Okay. Enough of that. So have you guys heard about the woman's wrath? They say it targets cheating men and kills them. Or not. Which is it? Wait, wait, wait. What? What exactly is this woman's wrath? Oh, you don't need to worry about it. You only care about your girl, Vincent. Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know. Cheating is pathetic. I agree with Toby. Pathetic. What are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts. My eye. Huh? What? You're cheating. Weren't you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit. I think someone on Mars didn't quite hear you. Oh, that's low, Vincent. Lowest of the low. Don't call me that. Now you know. Just leave me alone. Well, well, come on. Tell me about this girl. Oh, gosh. Apparently, she's destiny-level cute. Cut that shit out. Are you kidding? Finding your soulmate is awesome. I'm totally jealous. You jackasses better not mention this to anyone outside the bar. I am serious. Dude, we know the drill. Say, have you heard? It seems that Boss was a bit of a player back in the day and broke more than his share of hearts. You see how he's wearing those tacky sunglasses indoors? They say, he's using those to hide his face. Haha, you're right. Yo, Eric, come on around over here. Coming right up. You're in trouble, right? Maybe you should invest in some shades. Hahaha, shut up. Don't fool around. Ach, schön. Oh, ich liebe diese Barszenen. Ganz im Ernst. Vor allem, wenn man hinterher rumlauft. Ich glaube, jetzt können wir in der Bar auch rumlaufen. Und dann können wir dann mit den anderen Leuten reden. Und da erfährt man auch ganz interessante Sachen. Press das Zirkel-Button, um von deinem Seat zu gehen und um die Bar zu gehen. Ja! Wenn du Start um das Menü öffnest, kannst du Hinten sehen, wie du deinem Zeitpunkt an der Bar zu spenden. Du kannst die Schwierigkeiten der Nachtmere-Stage aus dem...